so liebe gäste wir haben euch jetzt mitgenommen in unseren liner shop also hier ein shop im backshop in große feen hier befindet sich die küche in der wir mit den jugendlichen für euch für unser schönes frühstücksbuffet die tollen dinge produzieren und jetzt nehmen wir euch mal mit dass sie uns mal ein bisschen über die schultern gucken können was wir da tolles für euch machen so jetzt sind wir hier in der küche des backshops gelandet hier haben die jungen damen schon die zutaten zusammengepackt für für das leckere dinkel apfel nussbrot dass wir jedes wochenende für euch für unser frühstücksbuffet backen hier haben wir gewürfelte äpfel die haben wir im zimt gewälzt wir haben verschiedene mehlsorten quark einen trauben nuss rosinen müsli dann haben wir honig zucker rübensirup backpulver salz eier und wasser das wären jetzt die jungen damen für euch zu bereiten zu einem leckeren brot Das war unser Besuch im Backshop in Große Feen. Und wir haben so viele tolle Arbeitsbereiche mit jungen Menschen und wir werden euch in Zukunft noch weiter in viele, viele Bereiche führen, sodass ihr seht, was die jungen Menschen für tolle Sachen für euch machen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und guckt wieder rein.